Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Lara. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute das Thema Partnerübungen und mal ganz ehrlich unter uns gesagt, man ist ja viel motivierter mit einem Partner an der Seite und kann so gemeinsam den inneren Schweinehund bekämpfen. Deshalb habe ich mir heute meine bezaubernde Assistentin Chrissy eingeladen, die mich bei den Übungen unterstützt und schon kann es losgehen. So, für die erste Übung setzt euch gegenüber. Die Beine sind geschlossen, Fuß an Fuß. Am besten eine Matte unterlegen, dann ist das Ganze ein bisschen angenehmer und dann setzt euch mal ganz aufrecht hin. Guckt mal, dass der Rücken gerade ist, die Arme zeigen zueinander. Genau, ihr dürft euch auch gerne mal anlächeln und dann nach hinten unten abrollen. Rundrücken formen, Wirbel für Wirbel. Die Füße lösen sich jetzt voneinander, ganz normal, anatomisch vollkommen korrekt und dann wieder zurück nach oben. Rollt mal auf, richtig mit Kraft, nicht mit Schwung, sondern schön mit Kraft und dann stretcht euch mal nach vorne, sodass entweder die Fingerspitzen sich berühren oder die Händen. Ihr könnt ihn auch mal kurz anfassen, den Partner genau und dann wieder abrollen und Überkopf macht euch ganz lang und wieder zurück nach oben, möglichst zeitgleich. Wartet also auf den Partner, falls ihr ein bisschen schneller seid und wieder abrollen. Rundrücken formen, Arme weit über Kopf, komm mal tief ein und ausatmen. Sehr gut, komm ein letztes Mal noch und abrollen. Habt mal ein bisschen Spaß dabei, komm und zurück nach oben und dann halten wir mal unsere Fußspitzen. Komm, wenn ihr nicht so weit nach vorne kommt, überhaupt nicht schlimm, dann bist du den Schienbeinen. Hauptsache es zieht so ein bisschen hier im unteren Bereich, vielleicht zieht auch ein bisschen in den Armen und im Rücken vollkommen in Ordnung. Ja, für die nächste Übung legt euch doch mal in Rückenlage, rutscht weit aneinander, dass ihr jetzt mit den Füßen einen rechten Winkel bilden könnt. Also Fußfläche an Fußfläche, lasst die Arme unten liegen, sodass die Handflächen nach unten zeigen, zum Boden den unteren Rücken mal schön nach unten drücken, hier die Lücke schließen und jetzt beginnen wir mit dem Fahrradfahren. Einer fährt vorwärts erstmal, der andere rückwärts, den Bauchnabel nach unten einziehen und den Rücken, den unteren Rücken schön nach unten drücken. Genau, wunderbar, eine schöne fließende Bewegung. Atmen und dann wechseln wir mal, dass der andere auch mal vorwärts fahren darf. Genau, atmen nicht vergessen dabei. Was macht der Bauch? Bauchspannung halten, nicht vergessen. Genau, und jetzt bleiben wir mal in der Mitte stehen und dann drücken wir mal gegen den Partner, richtig feste Spannung aufbauen, Bauch fest, unteren Rücken nach unten drücken und wenn ihr die Kraft habt, schiebt doch den Partner mal weg. Oh, jetzt hier. Richtig schön fest drücken, 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 gegenhalten. Der Popo bleibt aber unten, ja, also nicht anheben, lässt ihn unten liegen. Atmen, kommen die letzten zehn, neun, gibt nochmal alles. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und mal lösen, die Beine einfach mal lockern, mal ausschütteln. So, ich zeige euch jetzt mit der nächsten Übung, wie ihr eure Bauchmuskulatur richtig schön auftrainieren könnt. Dazu Fußfläche an Fußfläche wieder setzen, dass wir wieder in diesem rechten Winkel sind. Die Hände in den Hinterkopf, sodass die Ellenbogen zur Seite zeigen. Die sehen wir also nur noch im Augenwinkel. Und dann heben wir mal gleichzeitig den Kopf nach oben an, können uns mal kurz zuzwinkern und wieder lösen. Und wieder anheben, dabei die Füße ruhig immer ein bisschen drücken. Genau. Haltet euren Partner beschäftigt. Macht euch nichts draus, dann steht meistens so ein schönes Doppelkinn. Ist überhaupt nicht schlimm. Und mal lächeln, genau. Und hoch. Einatmen und ausatmen nach oben. Kann man auch mal gucken, macht der Partner noch anständig mit? Ist ja noch dabei. Kommt, die letzten drei. Und zwei. Mit den Beinen wieder ein bisschen drücken. Komm. Und Achtung, wir halten mal oben. Bleiben in der Position. Strecken jetzt die Arme nach vorne aus, sodass die Fingerspitzen zum Partner zeigen. Und die Arme so auf Hüfthöhe. Genau. Und jetzt drehen wir den Oberkörper, als ob wir den Partner versuchen zu berühren. Funktioniert natürlich nicht. Ne? Also einfach mal drehen. Am besten guckt ihr aber hoch zur Decke, dass ihr euren Nackenbereich nicht allzu sehr verspannt. Genau. Und jetzt schön drehen. Und den Partner beschäftigt halten. Drückt mal die Füße wieder fest aneinander. Schiebt den Partner dabei mal weg. Ah, herrlich. Da weiß man gar nicht, auf was man sich zuerst konzentrieren soll. Auf den Bauch oder auf die Beine. Versucht das mal alles. Wir Frauen sind auch multitaskingfähig. Ihr Männer, ihr dürft das natürlich auch gerne probieren. Atmen nicht vergessen dabei. Kommen die letzten zwei. Schöne Übung, oder Chrissy? Geht's dir noch gut? Ja. Sie lacht noch. Und lösen. Und die Beine mal lockern. So, für die nächste Übung setzt euch doch einfach mal hin, sodass die Beine parallel zueinander liegen. Und dann beginnen wir, umeinander rumzukreisen. Setzt dafür die Hände hier fest auf den Boden. Und dann starten wir mal. Chrissy obenrum, ich untenrum. Genau. Und umeinander rum. Zehnmal auf die eine Seite. Wo sind wir? Haben wir mitgezählt? Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Immer mit einem Lächeln im Gesicht. Neun. Ein letztes Mal. Und dann mal kurz absetzen. Wir lockern uns mal, stretchen uns. Fast an eure Füße, an die Fußspitzen. Wenn ihr bis dahin nicht rankommt, macht gar nichts. Dann bist du den Schienbein auch okay. Darf schön ziehen. Tief durchatmen. Langsam wieder aufrichten. Und jetzt das Ganze in die andere Richtung. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Halbzeit. Sechs. Sieben. Acht. Und schön langsam. Umso langsamer, umso schöner. Komm, ein letztes Mal. Wir freuen uns so. Und die Bauchmuskeln freuen sich auch. Und lösen. Noch einmal stretchen nach vorne. Mal tief durchatmen. Und dann langsam lösen. Wenn euch das nicht reicht, wiederholt es doch gerne noch einmal. Für die nächste Übung begibt sich einer von euch nach oben. Der andere legt sich schon mal in Rückenlage auf die Matte und greift mit seinen Armen nach oben um die Fußknöchel des Partners. Genau. So weit, so gut. Die Beine schön nach vorne ausstrecken. Genau. Es geht jetzt auch wieder um die Bauchmuskeln. Ihr werdet diese Übung lieben. Der Partner darf schon mal beide Beine nach oben gleichzeitig bringen. Und jetzt schubst ihr ihn nach vorne, sodass der aber nicht unten auf dem Boden aufkommt. Immer kurz davor abstoppen und die Beine wieder zurück nach oben ziehen. Genau. Komm. Wir machen zehn. Neun. Acht. Sieben. Immer mal gucken. Geht es dem Partner da unten noch gut? Ist alles in Ordnung. Wo waren wir? Fünf. Noch vier. Du machst das spitze. Ihr dürft auch gerne mal ein Lob aussprechen. Dann läuft das. Komm, die letzten drei. Chrissy, gleich geschafft. Zwei. Eins. Und lösen. Okay. Kurz mal durchatmen. Und jetzt gibt es noch eine gesteigerte Variante. Also wirklich mal durchatmen hier an dieser Stelle. Ich schubse Chrissis Beine nach vorne und sie versucht gar nicht nach unten zu kommen. Also sich gar nicht wegschubsen zu lassen. Ja. Probiert das mal. Richtig schön mit Kraft. Und der Bauch darf richtig schön mitmachen hier. Komm. Die letzten zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einer noch. Super. Klasse gemacht. Und jetzt wird gewechselt. So. Jetzt darf der andere. Und los geht's. Ihr dürft auch schön fleißig mitzählen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. An dieser Stelle mal kurz durchatmen. Oh. Mal Luft schnappen. Jetzt kommt Variante Nummer zwei. Das heißt, der Partner schubst wieder und der Partner hält schön gegen der Liegende. Und los geht's. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Komm. Wir hängen nochmal fünf an. Das war so kurz. Okay. Super. Sehr schön. Wie gesagt, wenn es euch nicht reicht, macht das gerne nochmal. Das ist eine super Bauchübung. Wenn ihr einmal am Boden liegt, dann perfekt für die nächste Übung. Das ist auch schon die Ausgangsposition. Einer liegt, wie gesagt, in Rückenlage unten. Das rechte Bein bitte einmal nach vorne ausstrecken. Der andere Partner bleibt stehen und klemmt so mit den beiden Füßen das Bein dazwischen ein. Dann kann der Partner auch gar nicht mehr weg. Flucht also ausgeschlossen. Das andere Bein bitte nach oben ausstrecken. Genau. Greift mal den Fuß des Partners. Schaut mal, dass das Bein schön gestreckt dabei bleibt und dass auch die Hüfte gerade ist. Chrissy, noch geht's dir gut, oder? Ganz entspannt. Locker lassen. Die Schultern auch ganz entspannt. Genau. Und jetzt drücken wir nach oben. Das ist eine schöne Stretching-Übung. Zieht also ordentlich hier in der Oberschenkelrückseite, vielleicht auch so ein bisschen in der Wade. Dafür sorgen wir jetzt nochmal verstärkt, indem ihr die Fußspitze nach unten drückt. Ganz vorsichtig. Achtet mal auf das Gesicht vom Partner. Fühlt er sich noch wohl? Vielleicht freut er sich auch total. Vor allem bei dem Moment, in dem Moment, wo man die Fußspitze nach unten drückt, dann sieht man das ganz deutlich. So. Wenn der Partner noch atmen kann, ist alles in Ordnung. Regelmäßig nachfragen. Haltet diese Position mal ein bisschen. Schön atmen. Zieht ordentlich. Wir stretchen den Partner mal durch. Bis hinter beide Ohren. Und dann ganz langsam lösen. Und dann wechseln wir mal das Bein. Kann auch sein, dass ein Bein besser funktioniert als das andere. Das nun einfach auf der einen Seite beweglicher ist. Das macht aber gar nichts. Hier wieder den Partner einklemmen mit den Füßen. Die Hüfte gerade. Und dann erstmal nach oben stretchen, bis der Partner stopp schreit. Geht noch ein bisschen. Erstmal in der Dehnung ankommen. Den Partner mal durchatmen lassen. Auch gerne mal ein Kompliment wieder aussprengen. Machst du sehr gut. Und dann die Fußspitze nach unten drücken. Das ist nochmal schöner. Das erreicht hier nämlich ganz toll die Wade. Ah ja. So kann man einen Moment liegen bleiben. Ja. Und dann auch langsam wieder aus der Dehnung raus. Ganz vorsichtig. Ganz sanft. Und dann darf gewechselt werden. So. Ich hoffe, ihr habt in der Zeit auch schon gewechselt. Jetzt liegt der andere von euch auf dem Boden. Den unteren Rücken schön nach unten drücken. Die Handflächen nach unten. Und jetzt darf erstmal das Bein nach oben gedrückt werden. Bis ich stopp sage. Noch ein bisschen. Bisschen geht noch. Okay. Und dann erstmal halten. Ah, das zieht so wunderbar. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß dabei. Sollte nicht wehtun, aber deutlich spürbar sein. Und jetzt ganz vorsichtig, ganz sanft die Fußspitze nach unten drücken Richtung Nase. Ah, nochmal so ein schönes Gefühl. Es verstärkt die Dehnung deutlich. Werdet ihr merken. Schön weiter atmen. Die Dehnung nochmal ein bisschen genießen. Ihr könnt es auch gerne noch ein bisschen länger machen. Und dann langsam lösen. Sanft aus der Dehnung raus. Und dann mal wechseln. Schaut wieder, dass die Hüfte beim Partner gerade bleibt hier unten. Dass er sich nicht verdreht. Ist ja auch immer so, wenn man in einer Position ist, die vielleicht nicht ganz so angenehm ist wie beim Stretching. Na, da kommt ja irgendwann der Punkt, wo man sagt, oh, jetzt reicht's aber auch wirklich, bis die Hose, nicht dass die Hose platzt. Also, dann verdreht man sich gerne. Versucht gerade zu bleiben in der Position. Genau. Gerne noch ein Stückchen. Und dann die Fußspitze ganz sanft nach unten Richtung Nase drücken. Mal durchatmen. Genießt diesen Moment. Und dann langsam wieder lösen aus der Dehnung raus. Ich hoffe, eurem Partner geht's dann auch noch gut. Ihr wart jetzt so fleißig. Ihr habt euch jetzt eine wunderbare Entspannung verdient. Dazu darf sich der Partner schon mal in Bauchlage begeben. Macht es euch ganz bequem. Die Arme am besten nach unten legen. Dann sind auch die Schultern entspannter. Der andere Partner steht oben, so wie ich. Ein Bein auf die eine Seite, ein Bein auf die andere Seite. Und jetzt kommt unsere Elefantentritt-Massage. Hört sich erst mal etwas unentspannt an. Bleibt wirklich ganz entspannt liegen. Es ist wunderschön. Ihr werdet es genießen. So, der Partner lehnt sich schon mal nach unten. Die Handballen zueinander gerichtet. Und dann beginnt am besten so im Lendenbereich nacheinander die Hände neben der Wirbelsäule aufzusetzen. Ihr wandert also die Wirbelsäule entlang nach oben. Bitte nicht direkt auf der Wirbelsäule, sondern daneben. Chrissi, geht es dir gut? Ist es angenehm? Ja. Sie nickt. Okay. Gut. Wunderbar. Ganz sanft. Ganz vorsichtig. Auch immer mal nachfragen. Ist der Druck in Ordnung? Ist es zu fest oder ist es in Ordnung? Ist es angenehm? Ganz vorsichtig wandert unser Elefant. Wer möchte auch gerne auf dem Popo? Ist auch in Ordnung. Ihr bestimmt das selber, wie ihr das machen möchtet. Macht das so lang, wie ihr möchtet. Ihr könnt euch auch so ein bisschen Entspannungsmusik dabei anmachen. Macht euch also ganz gemütlich. Und zum Schluss den Rücken mit Liebe ausstreichen. Von oben nach unten. Derjenige, der steht, macht keinen Rundrücken, sondern versucht den Rücken möglichst gerade zu lassen. Und dann die Hände nochmal anwärmen. Richtig schön warm werden lassen und die Wärme in den Rücken schicken. Ist immer sehr, sehr angenehm im Lendenbereich. Oder ich mag gerne mal die Wärme hier in den oberen Bereich schicken. Und lösen. Und dann darf auch der andere Mal entspannen. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon mit unserem Partner Workout. Vielleicht jetzt nochmal ein bisschen Wellness einlegen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Lara und eure Chrissy.